Musik Wenn das zortige Fell des Bobtail beim Laufen im Wind fliegt, sind nicht nur Kinder von dieser edlen Hunderasse begeistert. Der robuste und sehr intelligente Hund liebt Familienanschluss und hat einen ausgeprägten Spieltrieb. Geschichte und Herkunft des Bobtail Seinen Nickname Bobtail gab man ihm, weil manche Hunde einen angeborenen, sehr kurzen Stummelschwanz haben. Früher wurde die Route auch kopiert, was in den meisten Ländern Europas heute verboten ist. Man nimmt an, dass Hundehalter die Routen der Arbeitshunde kopierten, um so den Arbeitsstatus zu beweisen, der sie von der Steuer befreite. Der offiziell Old English Sheepdog genannte Hund hatte eine arbeitsreiche Vergangenheit als Hirtenhund und Viehtreiber. Er stammt von früheren Hütehunden aus England ab. Walisische Farmer begannen im 18. Jahrhundert mit der Züchtung der Hunderasse. Als der Bobtail im 19. Jahrhundert seine Arbeit als Hirtenhund verlor, wurde er auch gerne als reiner Familienhund gehalten. Erscheinungsbild des Bobtail Gemäß FCI sollte die Schulterhöhe beim Rüden mindestens 61 cm betragen, während bei der Hündin ein Mindestmaß von 56 cm verlangt wird. Das nicht festgelegte Gewicht liegt je nach Geschlecht zwischen 27 und 45 kg. Bobtails werden etwa 10 bis 12 Jahre alt. Der kraftvolle und mittelgroße Hund mit dem beeindruckenden Haarkleid hat einen wiegenden Gang, der in seinem Bewegungsablauf an einen Bären erinnert. Das wetterfeste Fell besitzt alle Nuancen von Grau- und Blautönen mit zum Teil weißen Abzeichen. Die Unterwolle bildet einen wasserdichten Flor. Seine Haare fallen dem Bobtail über die Augen und auch seine recht kleinen Pfoten sind üppig mit Fell überzogen. Wesen und Charakter des Bobtail Der ehemalige Herdenschutzhund gibt sich gerne als Beschützer seines Rudels. Charakteristisch für den Bobtail ist sein eigenartiges, etwas schepperndes Gebell. Er ist intelligent, manchmal aber auch durchaus eigensinnig. In der Regel hat er ein fröhliches, lebhaftes und ausgeglichenes Naturell. Mitunter ist er kühn, jedoch ohne Aggressivität. Von Haus aus ist der Bobtail Menschen und anderen Hunden gegenüber sehr verträglich und ohne Nervosität. Kindern gegenüber fällt er sich besonders liebevoll und manchmal versucht er sie sogar mit sanften Stupsern zu hüten. Da der Bobtail sehr gelehrig ist, wird er auch gerne als Pferden- und Rettungshund eingesetzt. Eine enge Bindung an sein menschliches Rudel ist dem anhänglichen Vierbeiner sehr wichtig. Mit seinem Erbe als Treib- und Hütehund ist er durchaus wachsam. Sein Kesserblick verrät, dass er seine eigenen Ideen entwickeln kann. Selten kommt mit einem Bobtail Langeweile auf, denn er wickelt seinen Besitzer gerne mit schauspielerischem Talent und klauneskem Charme um den Finger. Auslauf und Pflege des Bobtail Seine hohe Intelligenz und Geschicklichkeit prädestinieren ihn für Hundesportarten wie Agility oder Obedience. Ein Haus mit Garten ist für den Bobtail ideal, denn er benötigt viel Auslauf, egal wie das Wetter ist. Lange Spaziergänge mit gemütlichen Herumschnüffeln halten ihn bei Laune. Von seinem Ausflug bringt er in seinem wetterfesten Fell oft Stöckchen Sand und Blätter mit nach Hause. Das schöne Haarkleid des Bobtail pflegt man am besten daher täglich mit Kamm und Bürste. Ein Zurückschneiden der Haare wäre zwar praktischer, aber nicht mehr so authentisch. Auch ein Bart tut dem Bobtail ab und an gut. Dabei verwendet man am besten ein rückfettendes Shampoo, da sonst die Haut austrocknen kann. Manche Hunde sind vom MDR1-Defekt betroffen, was sich in eine Überempfindlichkeit gegenüber Arzneimitteln äußert. Auch Taubheit, grauer Starr sowie Ellbogen- und Hüftgelenksdysplasie und Erkrankungen der Atemwege und Lunge können auftreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017